ja letzte woche war ich beim altres festival in lafasic und ich bin ein paar tage hier hingefahren weil ich so noch ein bisschen was unternehmen wollte also mit dem boot fahren bis späten gehen und so weiter und vorgenommen hatte ich mir noch auf den ried zu gehen das kommt in einem anderen video jedenfalls bin ich am späten nachmittag angekommen und dachte mir fährst du noch mal nach Theresienstadt und guckst dir mal das automuseum an und danach kannst du von da aus gleich weiter fahren zum rarib gesagt getan ja dieses automuseum ist jetzt nicht unbedingt die empfehlung wobei mir hat es schon gefallen weil viele fahrzeuge hat man selbst gehabt oder hat daran gearbeitet zum beispiel die 175er cz das war mein erstes ordentliches motorrad naja und ich kann das alles gut und schön und ich habe die bilder alle so schnell zusammengefasst weil wie gesagt entweder ein gefällt und der fährt halt mal vorbei oder die anderen sagen hey das lohnt sich nie und lassens viel spaß beim anschauen so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020